hallo und herzlich willkommen zu bella italia part 3 und heute ist das der bahnhof von von der winstreet und das hat der liebe stolz gebaut und der ist mit dabei ja hallo liebes publikum ja gut aber es ist ja der riesen bahnhof den du ja gebaut hast ja aber ich glaube wir sollten vielleicht erst mal die das schloss vielleicht erst mal links das links das linke mal links hier beim drachen wobei ich hatte keinen löwen musste tragen ja ja das ist eigentlich vielleicht kannst du mal ganz kurz hoch scrollen also sonst kann man das schwer erklärt von oben ja mal ganz kurz von oben und mal so ein bisschen wir haben ja eine kanalfahrt und die sagt diese kanalfahrt kann man hier so ein bisschen kurz kennen ist ja etwas modifiziert von unserer seite aus denn normalerweise das ist jetzt ja ein transport boot was wir haben und das geht eigentlich bei planet coaster so so nicht und wir haben das ein bisschen modifiziert das ist eigentlich die strecke der dampferfahrt und wir haben einfach die schiffe ausgetauscht dass auch passagiere mitfahren können und bei dieser modifikation ist aber eben so ein bisschen das kleine problem gewesen dass bauteile die ihr nicht kennt werden durchsichtig gemacht und ich musste da irgendwie eine rampe um auf dieses quadrupt zu kommen bauen und irgendwie dazu ein gebäude machen und ich weiß auch gar nicht wie es kommt eigentlich würde ich nur so ganz kleines gebäude setzen und dann wird es immer größer und größer und größer und ja das ist es jetzt eigentlich es ist etwas angelehnt an das schloss von miramar in italien das ist allerdings weiß und ich habe es so ein bisschen rosé farben gemacht ich fand weiß etwas langweilig und dieses gebäude steht eigentlich wirklich nur da um eine rampe zu bauen das ganze ding also nur gebäude nur für die rampe die rampe irgendwie reingesetzt bekommen und das irgendwie aufgefüllt wird und ich bin ich hatte es ja nebenan das ist so ein bisschen auch zum anschluss zu venedig dann halt halt gibt das war sogar gedanken kann also hinter steckte ja von miramar das schloss ich weiß nicht ich habe da auch irgendwo fotos die kann man ja vielleicht nachher das video auch so ein bisschen mit einschneiden dass man das mal so sehen kann und ja wenn man mal nach unten jetzt rein geht haben wir hier so ein bisschen die obligatorischen toiletten banken bankenraum hat sich mal jemand schneidet die info und das ist der übergang nach venedig und ist die idee genau genau also hier geht es nachher zu zurück weiter und ja und ich fand eigentlich dass das eigentlich so eine ganz gute stimmung eigentlich ergibt für für den eingangsbereich das sind das sind das dächer nein das ist das ist das ist die lampe das hat also den vorteil ich hatte also für unten gleich so ein bisschen geschnörkel wo ich dann den kronleuchter dranhängen konnte und oben habe ich gleich das rote licht um die dachbeleuchtung wenn es das ist dass das besonders schön raus kommt also sehr interessant das hat irgendwie zwei vielleicht so zwei fliegen mit einer klappe geschlagen wie kommst du eigentlich immer ich frage mich mal wie kommst du immer auf den grund hast hast du irgendwie eine vorlage gehabt oder den habe ich mir einfach selber ausgedacht so selber irgendwie so hin und er ist so ein bisschen im barock stil und barock ist ja ein bisschen opulent und ich fand das passte hier eigentlich so ganz gut das bild das passt auf jeden fall und ja es ist nur der solle so eine kleinigkeit aber es ist einfach um den platz auch so ein bisschen aufzulockern das ist auch ganz so eintönig wird mein inter in italien sind ja sowieso mehrere brunde italien ist berühmt für seine berühmteste ist die deutsche wieder da wollen wir mal in die halle reingehen das gebäude ist ein bisschen angelehnt den turiner bahnhof und ist jetzt eigentlich eine station für zwei fahrgeschäfte einmal für den people mover und einmal oben für die kanalfahrt und da sich die beiden strecken kreuz sind es ist relativ ein bisschen vielleicht ein hauch zu groß geworden heute aber ich aber ich finde es ist trotzdem sehr gut gelungen definitiv ich glaube dass sowas kannst du bauen wir haben jetzt dass ich hier unten links den people mover das ist auch so ein bisschen italienisch kitschig so die italiener sind berühmt dafür und wo der eingang eingangs hier das da muss ich das sollte es gibt es ja leider nicht bei planet coaster fahrstühle es ist ein bisschen langen an fahrstuhl design an gepackt das ist spart ich hoffe wenn planet coaster mal als zweiten neue version rauskommt dass wir doch mal fahrstühle mit da drinnen sind und ja das ist so die eigentliche station wie kann es eigentlich auf die lichter ich glaube immer wieder immer wieder gebaut geguckt eingestellt wieder verworfen wieder neu also es hat sich irgendwie so entwickelt und es sind eigentlich zwei lampen das ist jetzt also das was wir hier das untere einmal quasi als kronleuchter und wenn man jetzt mal aufs dach geht da haben wir dann diese krone um drauf das ist die zweite lamp das ist also wenn man zum dunkeln dann sieht es ist auch zwei farbig unterschiedlich ich mach mal kurz das gibt und es gibt dann so eine sehr schöne stimmung wie ich fand also sagen wir oben das rot und unten ist es eher bläulich das ist schon das schon so ich mag gerne mit licht arbeiten das ist einfach licht gibt irgendwie eine ganz neue stimmung in ein gebäude und hier wieder natürlich ein brunnen ja das ist so das ist ein brunnen den habe ich mal gebaut für hansestadt das war mein erster das war ein wettbewerb das bei channel 5 ein ganz ganz kleiner mini park contest und da war damit drin und den habe ich dann immer wieder verwendet das ist quasi schon sowas wie eine signatur bei mir geworden also da ist also ganz vielen workshop objekten die ich bei mir im workshop habe ist der immer mit drin ob das nun altes pumpenhaus ist oder ach ich weiß es gar nicht wo der immer noch drin ist das war glaube ich nicht dabei doch kommission war auch mit bei ja stadt der farben war auch mit drin ja und es ist wie eine unterschrift okay das ist so kann jeder wenn man das genau weiß und und kennt weiß jeder so das hat sträuch gebaut die farbigen die farben fenster die sind die beim original auch so oder marke einbau die sind so ein bisschen eigen auch hier gibt es auch so wenn man das jetzt sieht man was es gibt so ein bisschen schillernde farbe gibt das einfach in das gebäude rein das sind also alles edelsteine dicht dicht aneinander gesetzt die immer wieder hin und her punkten ja ansonsten haben wir es tatsächlich schon geschafft mit dem partner wir haben das kleine das kleine kleine häuschen hier noch und vielleicht gehen wir doch noch mal ganz kurz rein ganz schnell auf die schnelle noch mal ganz kurz wir haben jetzt wenn du noch mal nach rechts gehst rechts 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 ja das ist also batch der ja auch ein toller videotuber ist youtuber ist der fand das hier alles ein bisschen leer und das ist auch das was ich auch meinte hier wird also noch was passieren ich denke ich hier machen wir so eine kleine hall of fame machen wird hier noch mal hin das können natürlich machen das ist so ich finde das so schönes ambiente und da kann man zum beispiel auch so leute die bei uns unter den videos kommen also unter diesen bella italia videos etwas kommentieren die kann man denn hier so so ein kleines denkmal setzen als beispiel gerade hier so die parktouren und für die youtuber vielleicht auch noch ein bisschen was die das vielleicht zeigen oder präsentieren werden da kann man auch ein bisschen was machen ich glaube jetzt ist es tatsächlich als dazu gesagt ja dann warst du schon mit paar drei und dieses partei gewesen genau in diesem sinne würde ich sagen wir sehen uns im nächsten part in einem in einer park tour oder update video wie auch immer dann sage ich mal tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020